Jadadadadadadada So fängst du mal an. Ja, dame, hallo und herzlich willkommen zu Smash Legends Auf dem Kanal der Klagungsnot mit dem guten Klunkertrache Dem Speedturn im Hintergrund Klunkertrache, hallo! Hallo! Guten Tag! Der spielt grad noch nicht mit, der ist nämlich grad noch Deshalb haben wir den jetzt mal ausgelassen, lieber Speedy, lass' dir schmecken Und wir wollen mal wieder ein paar Matches machen Danke! Und, ja, machen wir heute mal Du... Ne Quatsch, Team Deathmatch Wenn du Bock drauf hast. Könnten aber auch Herrschaft machen oder auch Team Deathmatch würden sich was beliebt was du möchtest. Die sind in beiden Moody sehr, sehr gut. Nui, Top-Charakter. Ja, ja. Also die habe ich in der letzten Zeit wieder öfter gespielt, auch müssen, wegen Smash-Pass. Und dann wieder mal festgestellt, gerade in Deathmatch oder wenn, die kann einfach so rasieren, dass einfach... Es gibt immer so Phasen, manchmal ist die nicht so gut, oder viele Charaktere sind dann nicht so gut, wo du denkst, man, die waren doch übelst geil. Und dann gibt es wieder Phasen, da klopfst mit denen einfach alle weg. Auch Wolf ist momentan extrem beliebt, also haben ganz viele Spieler. Nehmen die auch in vielen Moody, also... Ja. Ich zeige euch natürlich noch einen Brick, den haben wir gezogen im letzten Case-Ovening. Zeigen wir euch auf jeden Fall da noch. Da passt ja auch gleich aus meiner Sicht. Aber jetzt muss ich mal Ruffy machen, damit ich diese Smash-Quest-Sache hinbekomme. Guck mal, gibt keine Spieler mehr, siehst du, das dauert zu lang. Oder wir kriegen jetzt vier der liebsten Kunden. Ein Level ist so hoch, ja. Ja, wahrscheinlich. Das ist wieder das Problem, ja, stimmt. Der hätte mich einladen sollen. Ja, mal sehen. Guck mal mal. Oh, da haben wir nämlich auch schon mal dabei, die neue. Sehr gut. Oh, gegen Peter und Kaiser. Ja, mal sehen. Kaiser ist auch immer so ein Ding, ne? Peter ist... Komm mal ran, Junge, kriegst du mal eine. Kriegst du mal eine, zick, zack, auf den Sack, ja. Alter, wenn die eure Mackie-Dinger schmeißt, das ist so geil. Was ist denn los? Kannst du knicken, Junge. Raus, Kaiser. Ja, ja, wir haben überrasiert, wir haben auch nicht einmal Energie verloren. Was ist denn? Oh, fuck, der Peter hat Special. Oh, Achtung. Ich bin ein Meister oder was, hä? Spind wo ein bisschen. Und BAM, Baby, in your face, Mama. Oh, da hab ich auch den... Oh, da hab ich auch den... Alter, da hast du mir auch einen Arsch gerettet. Hab ich den neben geschlagen. Scheiße. Das ist meine. Take that. Na, jetzt bin ich raus. Ah, ich auch. Ich hätte nicht dorthin rennen sollen. Das war mega geil. Das war ein Hörgel an Specials, Alter. Alter, Schwede. Komm mal ran, Junge. Tschüss. Ach, Peter. Ich dachte, da hätten wir verbraucht. Shit. Wenn ich so rummühebe, das nervt mich übel. Alter, kommst du auch nicht raus, Junge. Tschüssi, Kaiser. Okay, das war Buggy. Übel Buggy, ich war gerade im Boden. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, Leute. Ja, das war natürlich Raffi, ne? Das ist Special. Das war aber richtig cool. Da hat die Special gemacht, du Special und ich Special. Da haben wir auch dermaßen reingeknallt, Alter. Nice. Ging auf alle Fälle gut. So, haben wir ein paar Pünktchen gesammelt hier, Leute. Zack, da haben wir das nämlich schon mal voll. Aber wir, da müsste ich eigentlich auch machen. Lecker, Mio. Wir haben eine Kiste, zwei Kisten. Da habe ich gerade reingeguckt, mit wem ich machen muss. Case Opening. Ich glaube, wenn ich da reingucke... Oh Gott, nee, das kann ich nicht. Nein, nein, nein. Das lassen wir für die Aufnahme sein. Endlich, ne? Das würde ich ja machen. Habe ich auch, ja gut, das stimmt allerdings. Okay, dann muss es gerade klar sein, den ich so magst. Gibt es ja relativ viele, aber es gibt ein paar, die ich auf jeden Fall nicht... Ja, aber ein paar spielst du trotzdem spielen. Das ist richtig, aber ein paar spiele ich auf keinen Fall. Oder was ich jetzt keinen Fall, da zieht es mich wirklich, Alter, das ist es... Dann ist es der Robin. Ja, der war nicht dabei, aber ja, das wäre Möglichkeit 1. Der Robin, Red, würdest du aber vielleicht auch spielen. Die war dabei, ja, die wollte ich nicht machen, das ist richtig. Das war der Erste, die dabei war. Und dann würde ich mal... Wen spielst du denn noch über... Ja, Raffi spielst du ja nicht so gerne. Der war nicht dabei. Raffi spielst du nicht so gerne. Einer hast du schon mal. Und der zweite war... Man muss halt mal überlegen, wenn ich Charakter... Männlich, sagen wir mal. Der Kaiser. Den hätte ich ja gespielt, den hätte ich ja geworfen. Den spiele ich ja sogar sehr gerne. Stimmt, Peter spielst du eigentlich gerne. Snow spielst du gerne. Männlich, warte mal, warte mal, warte mal. Wolf. Ja, genau. Muss ich kurz überlegen, was mir gefällt, weil ich ja weiß, dass dir das nicht gefällt. Und da... Ja, Wolf, okay. Männlich ist halt... Aber ja, es ist für mich halt männlich. Gut, Wolf in dem Modus geht. Komm ran hier, kriege ich einen Risch. Mach ich einen auf die Fresse jetzt. Okay, ich kriege einen Risch auf die Fresse. Kannst du knicken, Junge. Ja, jetzt haben sie mich gut errichtet. Oh, mich auch. Scheiße. Spiller Special gehabt, ja. Ja, ich bin voll reingesprungen, gestrottet. Oh, du. Das war's nicht wahr. Jetzt durch eine X. Tschüssi. Ja, Tschüssikowski. Oh, wer doch der Special. Das nervt mich so pissig, Alter. Was, noch mal? Oh Gott. Ach, da hat es. Da hat es noch Mike gesammelt, ja. Oh, fuck. Kannst du vergessen, Peter. Tschau. Ah, noch ist ausgeglichenes Match. Tschüssi. Und tschüss. Nice. Oh, da hat es auch gut. Da habe ich auch jetzt ganz schön. Boah, da hatte ich auch Glück jetzt. Dass du nur hier mit dabei warst. Oh, ja, ja. Auf die Faust verkackt, du. Mann, Mann, Mann. Ja, schön. Aber, aber, Tommer. Ich habe aber auch relativ viel kassiert, muss ich sagen. Viele Kombos reinstecken müssen. Diese Ringenkombination mit deiner... Oh, der Engel ist wenig. Ich habe es völlig vergessen. Den können wir mal noch probieren, ja. Den habe ich lange nicht gespielt. Soll ich es wirklich? Oh Gott. Ich sage das leid. Das wird... Wolfgang. Das wird für mich hart. Du musst, wie gesagt, eigentlich bei dem nur eins beachten. Denk an Metzgermeister. Ne? Fleisch. Ja, ist wirklich so. So musst du spielen. Einfach rein in die Uschi und dann gib ihm. Kombo, 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 Kombo. Das ist eigentlich... Der darf eigentlich fast nicht aufhören zu schlagen. Dann bist du mit dem... Der kann dir so auf den Sack gehen. Aber wenn sie dich kriegen, ist es schwierig, wieder reinzukommen. Ich habe in letzter Zeit auch... Ich habe in letzter Zeit auch ein paar Mal gespielt. Ich mag den Ours sehr. Was mich übel nervt, ist... Wie gesagt, Robin Hood nervt mich sehr. Obwohl ich mit dem komischerweise immer gewinne, wenn ich es spielen muss. Was mich noch mehr ankotzt eigentlich. Aber es ist ja gut, dass ich es dann weg habe. Und Enchenschwänchen nervt mich überhaupt. Also mache mit Enchenschwänchen 30.000 Schaden krieg ich den Hals. Oder kill fünf Gegner. Das ist der Hass. Aber auch da muss ich sagen, es funktioniert dummerweise. Mehr oder weniger relativ gut. Also das ist schon Nummer... So, jetzt wird es du... Au, scheiße, zwei Peters. Na, das wird mal eine Nullrunde von uns, denke ich. Die haben noch eine Alice dabei, das wird Mist. Wir haben auch eine Alice. Auf die Frasche! Scheiße, wollte ich wieder schnattert. So. Oh, da haben wir mal oben nicht rassiert. Na, hol ich mal Special, wenn du es nicht willst. Hm, mach ruhig. Bei dir bringt das Special mehr als bei mir. Nee. Achso, du Wolf. Ja, nee, ich hatte aber... Ich hatte Dings gemeint. Jetzt verreckt doch, Peter! Hau ab! Scheiße! Scheiße! Ah, Peter! Ah, da war es Special. Nein! Oh, jetzt haben sie mich. Alter, was macht er? Ah, das, zwei Peters, das finde ich echt übel. Nein! Die konnte Special machen. Ah, die dumme Sau. Ah, das ist jetzt scheiße. Komm, toll, lass uns zu drücken. Ah! Komm, die raus! Sehr gut, das war's. Boah, leck mich! Jawohl, Alice! Alter, da hat es aber noch gut. Da habe ich auch fast noch Kassiertyp. Ich habe mein Special in seinem Special gemacht. Aber hat leider auch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber wir haben es geschafft. Nice. So, da habe ich auch noch gerockt anscheinend. Das hat gereicht. Saar gut. Okay, komm, wenn du den spielst, müsste ich den... Nein, ich kann es nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ich kann jetzt nicht Engines Schwänchen spielen. Ich kriege den Hals. Nee, Leute, machen wir auch nicht. Komm, scheiß drauf. Wir machen... Zeig euch jetzt den. Ja, komm. Ich muss noch eine Runde mit dem. Ich weiß nicht, ob er das mitmachen will. Er will. Okay. Hallo! So, auch von mir Grüße. Ja, das war das Video. Fertig gegessen. Frisch gestärkt wird er uns jetzt durch den Kampf führen und zum Sieg. Das war geil. Ja, das war geil. Bist du Käse reingelutscht? Ja, schön. Peter, komm, los. Ich spiel, Leute, ich spiel mal eine Neuheit. Kann man sich jetzt frisch gestärkt, kann man sich jetzt schlöfen legen. Ja, 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 ja. Du musst mal schön mitmachen, mein Freund. Hast du das denn jetzt mal schön? Zack, ja. Ich dachte, ich bin nur Ersatzspieler. Ja. Ich hätte lieber den Computer dabei. Was willst du machen? So, Schluss jetzt, ja. Here we come. Oh, sind die, die habe ich doch so. Okay, der Biest. Oh, der Biest. Ich glaube, die war übel. Mauer. Oh Gott. Was ist denn los? Gehen wir doch nicht auf den Piss. Ach du Scheiße. Hol die mal aufs Maul. Okay, die meine Ecke gedrängt. Hallig. Haha, abgefangen. Okay, die Mauer ist wirklich... Wenn du auf die Mauer drauf springst, ist das wirklich... Das Mann lässt du da, geil. Ist nicht schlecht, oder? Oh, die ist aber... Ja, die Red ist stark. Tschüssi, Red. Ui, die habe ich auch mitgenommen. Haha. Hehe. Da kommen wir aus mit dir. Ciao. Na, die wurde wirklich paralysiert, wenn ich dort raus springe. Das ist ja geil. Die haben wir aus dem Piss. Hahaha. 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 Die haben wir rasiert, Leute. Ich nicht so, aber ihr habt auf jeden Fall... Oh. Ah ja, zu Recht. Zu Recht. Okay, wenn du die Mauer gedrückt hältst, na... Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber immer noch einer meiner, äh, cool drauf so, aber meine Spielweise im Spiel hat sich halt total verändert. Aber, ja, naja, mal sehen. Ähm, die ist aber... Du brauchst eigentlich nichts machen. Wer nimmt die Bombe? Ich. Du bist ein bisschen von mir her, oder? Spinnst du ein bisschen? Alter, alter Kaiser, du Drecksack. Heuer ein, hast du mal gekriegt, du. Tschüssi. Tschüssi. Holt ihr eigentlich ein Special? Tschüssi, kleiner Kaiser. Wo ist die Red? Alter, krieg ich aber aufs Maul. Oh, boah, das fühlt sich das so geil aus. Oh, nein, der Paus lag. Genau, mimt euch den hinten ein. Schön, und jetzt der Letzte, jetzt holen wir uns einen Kaiser zu dritt. Komm schon. Alter, das ist... Das ist ein Fehler, Kaiser. Boah, das war übelst anstrengend, alter. Da hab ich aber meine Fehler, eine Mauer nach der anderen hingeschmissen, alter. Oh, du... Ja, ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt. Habt ihr auf die Uhr geguckt? Äh, nee. Es ist halb acht Uhr. Ich stehe eben nicht. Ja, ja. Ja, das... Ich hab ja, ich hab ja keine Zeit, oder? Nee, ich hab keine Ahnung. Ich... Ich... Keine Ahnung. Ich glaube, das ist aber jetzt die vierte Runde gewesen. Okay. Ähm. Warte mal kurz sagen, das war eine kürzere Aufnahme. Mach gleich noch eine. Leute. Ich sag schon mal danke für das Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mal. Bis dann. Tschüss. Lass de geile Mauer da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.